Also ich heiße Jaakin. Die Winterschool hat mich wirklich überrascht. Ich dachte, das wäre so langweilig, man musste schreiben, Heft. Aber jetzt haben wir so viele Stationen, haben Spaß. Ja, hab neue Freude gefunden. Wir sind gerade in Chemie und wir lernen, wie man Strom herstellt mit Pflanzen. Ich heiße Maria, ich bin acht Jahre alt und wir machen hier gerade einen Strom, dass man den Strom hören kann und das macht sehr Spaß. Wir haben eine Zitrone geschnitten, dann haben wir zwei Nägel reingemacht und dann haben wir so Stecker reingemacht und jetzt können wir den Strom hören. Ich habe fünf Cent eines Golds gewonnen, eine Silber. Ja, weil er noch richtig klappt. Hallo, ich bin Lena. Wir haben Raketen aus Luftballonen gemacht. Neun, acht, sieben, sechs. Nach vielen Versuchen haben wir es endlich geschafft, den Mars zu erreichen. Es ist ein großer Erfolg und ich sage, dass die kommenden Astronauten niemals aufgeben sollen. Ich heiße Akina und wir sind gerade im Workshop Gesunde Ernährung. Jetzt machen wir so zum Beispiel beim Fruchtjoghurt, wie viel Zucker drinnen sind und jeder gibt in so ein kleines Sacker so viele Zuckerstücke rein, wie er denkt, dass Zucker in der Sache ist, die vor ihm steht. Zum Beispiel beim Orangensaft, ich dachte erst, das wäre normal ohne Zucker, dann war es auf einmal so 25 Zuckerwürfeln. Da war es auf einmal. Jetzt haben wir das so große Ding, weil wir das so große Ding, wo der ich jetzt war. Da war es so groß, dass sie sich in so einem einem falschen Ortbeer mit sich beschleunigt. Aber wir haben uns noch so große clothet. Das ist dein Knie und mein Herz macht. Es ist einfach so sehr, sehr gut, dass du den Rüstjöpfen anstattest. Das ist das. Was für die Großteil ist ein kleines Dachsatz für die reader-Karte-Karte. Ich hab' dich zu verletzt. Wenn du da auch nochmal auszeichnet. Was für ein paar Bein, wenn du da bist, war es dir? Aber ist für mich. Ich hab' dich auf, was eine parfois-rein. Wir machen gerade den Workshop Alte Schriften und das ist mein Name, das habe ich gemacht. In der alten deutschen Schrift geschrieben, da steht Liebe Mutter und da auf Arabisch Ikra und da habe ich auf Chinesisch Freundschaft geschrieben und da Love und da hat sie mir so einen Stempel gemacht. Mein Name ist Kerem Uyar und die Winterschool ist sehr lustig, finde ich, weil man in den Ferien nicht zu Hause sitzt und einfach gar nichts machen kann, weil man da Freunde hat und Sachen alleine machen kann. Also die Winterschool finde ich super. Ich finde die Winterschool super. Ich danke dir. Vielen Dank.